So, jetzt bin ich am Film. Mach mal quer. Ja... Das ist normal. Bitte? Das dürfte locker reichen. Ist die schön, Leon. Ja... Da will ich es mal rollen lassen. Schön. Jetzt noch mal drauf drücken, ne? Willst du noch mal? Das sieht man jetzt schon bei rollen lassen. Na siehste, du brauchst einen tollen Ausschlag. Na? Eben den Ausschlag, den du hattest, der wäre zu wenig gewesen. Wahrscheinlich. Dann verstehe ich schon am Schluss, ne? Ha! Du bemühtest dich, dass du wirklich alles darfst, weißt du? Ne, ne, das lässt du heute schön bleiben, das ist zu böig. Ja... Ja... Da muss man auch hieven, muss ich sagen. Ja. Ja, danke. Ja, danke. Ja, das ist jetzt wieder so, dass er hecht hat. Ha, ha, ha. Hast du echt schön gebaut. Hast du echt schön gebaut. Ja, da passt schon alles. Das will ich dir jetzt nicht so schön rollen. Versuchen mal rumzuholen. Ja. Warum du kriegen willst? Ja. Das ist Wahnsinn, ne? Ja, lass, 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 lass. Aber auf der Wiese rollst du auch, das ist auch schon mal ein gutes Zeichen. Ja, beratet dich jetzt. Schön. So, ich mach aus, ja? Ja. 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 Ja.